Hey, grüß dich! Total schön und cool, dass du dich darauf eingelassen hast, dieses Projekt mit uns gemeinsam zu machen. Genau, wir freuen uns total und wollen mit dir jetzt durch die Station 6 gehen, gemeinsam, für die du dich entschieden hast und die heißt Simon hilft das Kreuztragen. Es beginnt mit der Geschichte dahinter. Aus Lukas 23. Die Soldaten führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten sie Simon von Kyrene an, der gerade vom Feld zurückkam. Sie luden ihm das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrug. Simon wurde wahrscheinlich nicht gefragt, sondern einfach dazu aufgefordert, nahezu gezwungen. Was konnte man auch gegenüber römischen Soldaten verwiderwort geben? Aber trotzdem ist er zu einem Bild dafür geworden, dass er Jesus auf diesem schlimmen Weg unterstützt, ja ihm sogar hilft. Worte wie Solidarität oder Nächstenliebe fallen mir da ein. Die passiert ja ganz freiwillig. Menschen entscheiden sich selbst dazu, anderen zu helfen, ihnen Gutes zu tun. Wo erlebst du eigentlich Solidarität? Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Füreinander einstehen? Und wo könntest du ganz konkret helfen? Wo kannst du mit anpacken? Sammelt doch mal, was so alles Gutes auf unserer Welt passiert. Ich bin da jetzt drauf gestoßen in meinem Andachtsbuch. Es war für mich total überwältigend. Es gibt Internetseiten, wo nur Gutes berichtet wird, was auf unserer Erde passiert. Nur positive Nachrichten zum Beispiel ist so eine Seite. Und es tat so gut, gerade jetzt in all dem Negativen, was auf uns einströmt, das zu sehen und zu hören oder zu lesen, was denn so alles Gutes auf unserer Welt passiert. Genau. Und das hat mir Lydia nämlich vorhin gesagt. Ich habe mir diese Seite sogar notiert, weil ich das heute auf alle Fälle googeln möchte. Und da sind wir gleich bei dem Punkt. Recherchiert doch mal zum Beispiel auf der Website nur positive Nachrichten.de oder was ihr sonst noch so entdecken könnt. Und was es alles Gutes und Positives auf unserer Welt gibt. Und die für euch schönsten und wichtigsten Sachen, die druckt ihr aus oder da lest ihr ein Stückchen und sagt jetzt, das ist das Wichtigste, das schreibt ihr euch auf ein hübsches Kärtchen vielleicht. Also so, dass am Ende da viele kleine Dinge entstehen, die und jetzt kommt's, weil nicht nur auf einen großen Plakat kommst, sondern macht doch bitte unsere Erdkugel. Weil die Sachen sind ja nicht nur in Deutschland oder hier nur im Erzgebirge, sondern es gibt ja weltweit Dinge, die die Menschen für Menschen machen und denen helfen, die unterstützen. Und eine riesige Kugel, ne? Die Größe wollen wir euch noch bekannt geben, denn wir wollen ein Fenster, wo das hinkommt, ausmessen. Also die stellen wir euch noch rein, die ihr das jetzt hier macht, die Station 6. Und ja, und dann klebt ihr am Ende auf diese Erdkugel einfach all das drauf, was ihr bekommen könnt, was für euch wichtig ist. Damit wir mal sehen, dass es auch Gutes gibt. Denn wenn man den Nachrichten mal aufmerksam ist, oder Lydia? Wie viel Gutes sehen wir da? Vielleicht mal die Sportnachrichten? Das klingt jetzt vielleicht aber auch nicht für alle immer gut. Stimmt, ne? Wenn dann Bayern verliert zum Beispiel. Aber ja, da wollen wir mal ein Statement setzen. Genau. Vielleicht habt ihr sogar zu Hause noch ein altes Poster mit der Weltkugel oder so. Ansonsten organisiert ihr oder wir eins. Meldet euch. Genau. Sicher gehen euch bei der ganzen Geschichte ganz viele Fragen und Gedanken durch den Kopf. Haltet sie bitte unbedingt fest. Und wie? Schreib sie einfach irgendwo hin. Oder sprich sie als Audio ein in dein Handy. Das können ganz wilde Gedanken sein. Einfach so. Ganz unsensiert. Oder vielleicht findest du dazu einen Liedtext oder ein Gedicht. Dazu kannst du natürlich gerne googeln. Denn, denn wir möchten sehr gern am Schluss neben eurem Kunstwerk, wenn das die Menschen dann sehen können, eure Gedanken dazu wiedergeben. Weil wir das auch ganz wichtig finden, wie ihr darauf gekommen seid. Da steht daneben ein Text oder aber es gibt einen kleinen QR-Code. Wir sind nämlich ganz modern und wenn man den dann abfotografiert, könnte man das Audio hören. Aber, ihr müsst euch darüber keinen Kopf machen. Genau. Also ganz einfach. Schickt uns erstmal zu, was ihr habt. Über das Endergebnis machen wir uns dann zusammen in der Rübe. Deshalb, jederzeit meldet ihr euch bei mir. Per WhatsApp. Sprich was drauf. Meine Nummer hast du. Bei mir könnt ihr euch auch melden. Und zwar jederzeit an einem Mittwoch. Und da an der Zeit von um 8 bis abends um 6. Und jetzt sind wir total gespannt und freuen uns auf das, was hier rauskommt. Und danke fürs Mitmachen.